Hallo, hier ist Natscha Vollenweider. Ich wohne zurzeit zurück in meinem Heimatland Argentinien. 2013 kam ich nach Deutschland mit einem Künstlerstipendium von der AD, um mein Kunstprojekt zu verwirklichen unter die Betreuung von Anke Feuchtenberger an der HAW Hamburg. 2017 erschien meine erste Grafiknovel Fussnoten bei Avant Verlag und 2018 bin ich zurück in Argentinien gekehrt. Aus hier habe ich meine zweite Grafiknovel gezeichnet, die Juni dieses Jahres bei Avant Verlag erschienen ist. Bei den Novels waren zwischen den Finalisten von der Bert-Leibinger-Stiftung ausgezeichnet und nun viel Spaß mit den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker! Hallo und herzlich willkommen zu eurem Comic-Podcast des Vertrauens. Wir sind die Comic-Cookies und wir reden über Comics. Und ich begrüße hiermit an dieser Stelle, hallo, ich bin übrigens der Andi, den Breedstorm und den Patrick Moinsen. Oi! Mahlzeit. Leider aber sicher sind wir heute nur zu dritt, was uns ermöglicht noch mehr, ganz so individueller und direkter aufeinander einzugehen. Aber trotzdem vermissen wir unseren Andi, unser Andi, unser zweiter Andi, unser anderer Andi, unser vielleicht besserer Andi, man weiß es nicht. Der ist heute leider nicht dabei. Der hat uns aber glücklicherweise ein paar Aufnahmen zugeschickt, die ich hier voll smart mit einbauen werde. In unserer Ausgabe 125, in der wir, glaube ich, so eine Art von Special machen. Ob das so ist oder nicht, kriegen wir gleich raus. Breedstorm, worüber redest du denn heute? Also ich habe sehr unterschiedliche Sachen mitgebracht. Einmal haben wir das große Iran-Special. Deswegen habe ich gelesen, Sarahs Paradiese. Und dann habe ich noch Flucht aus Berlin von Gerhard Seyfried. Mega. Patrick, was gibt es bei dir? Ja, ich falle ein bisschen aus dem Raster. Ich habe von Karl Mayer, der Speichermann. Und von Mike Mignola, Dr. Strange und Dr. Doom, Triumph und Höllenqual. Absolut klasse. Bei mir gibt es was von Jippi namens Besondere Momente mit Fallschirm Applaus erschienen im Erwand Verlag. Und im Rahmen meiner Ich lese Dinge, die ich schon lange hätte lesen sollen Reihe, werde ich heute reden über Persepolis von Marianne Satrapi erschienen bei Edition Moderne. Der liebe Andi stimmt mit ein in unser großes Iran-Special und hat auch zwei Comics, die er dir beitragen möchte. Zum einen redet er über die Spinne von Marschatt. Glaube ich auch Edition Moderne. Bin mir nicht ganz sicher, kann auch Reprodukt sein. Kriegen wir raus, würde er bestimmt sagen. Und er redet über das Strapazin-Magazin. Die aktuelle Ausgabe, die sich wohl um die Ukraine dreht. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Cookies Code Authority. Und da reden wir über die aktuelle Ausgabe von Lucky Luke. Und weil das ja noch nicht alles ist, gibt es ganz am Ende noch einen kleinen Teaser. Denn ich habe ein Interview führen können mit dem neben Jules, dem Autoren von der aktuellen Lucky Luke Reihe. Und das gibt es beim Tele-Stammtisch zu hören. Und da kriegt ihr einen Ausschnitt zur Frage, was er eigentlich von den Hommage-Bänden hält, von denen ich persönlich ja so sehr begeistert bin. Und ich würde sagen, da wir kein großes allgemeines Supersonderthema haben, über das wir reden müssten. Wie zum Beispiel, dass, keine Ahnung, aktuell Comic-Cons stattfinden, die keinen Comic mehr im Inhalt haben. Also explizit jetzt Stuttgart, wo ich echt ein bisschen enttäuscht bin davon, was da an Comic noch geboten wird. Außerhalb der Artist Ellie, nämlich gar nichts. Darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden über Comics. Vielleicht willst du anfangen, lieber Bleedstorm. Ja, wir haben uns ja entschlossen, oder einige von uns, also alle außer Patrick, was zum Thema Iran zu machen, indem... Ha, komm, Haus raus, komm, jetzt hier, Beef online. Hättet ihr mir auch was zuschanzen können? Zuschanzen? Ja, egal. In der gepflegten Comics-Sammlung sind zum Thema Iran natürlich immer Comics vorhanden. Und wir haben uns entschlossen, was dazu zu machen, was da gerade im Iran abgibt. Nämlich, dass es da viele Aufstände gibt gegen den Staat, der da die Scharia als System angelegt hat, wo Religion eine krass große Rolle spielt, die aber sehr, sehr viele Menschen auch einschränkt. Und wo die Menschen jetzt anfangen, dagegen vorzugehen. Und natürlich, das bekannteste Werk zu diesem Thema hat nachher der Andi mit Persepolis. Also die war das erste, was ich überhaupt zum Thema Iran in irgendeiner Beziehung gelesen habe. Aber ich hatte noch auf meinem zu lesen Stapel Zahras Paradieseligen aus dem Knesebeck Verlag. Und erschienen ist das Ganze schon 2011. Zahras Paradieseligen war ein Blog oder ist es auf einem Blog erschienen von den Herren Antir und Kalit, die zusammen diesen Comic gemacht haben. Immer so etappenweise und auf dem Blog veröffentlicht. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es dann immer gesammelt als Buch erschienen. Das hat Knesebeck bereits 2011 getan. Wir sprechen von der Phase der Grünen Revolution, die im Iran sich zugetragen hat, aber auch in anderen islamischen Ländern. Und es ist die Geschichte einer Mutter und ihres Sohnes, die ihren anderen Sohn suchen, der nämlich bei so einer Demo gegen den Staat verloren gegangen ist. Also sie wissen nicht, wo er ist. Und das ist der rote Faden dieses Buches. Jetzt kann man sagen, ja gut, was hat das mit der aktuellen Situation zu tun? Und da muss ich halt sagen, es ist genau dieselbe Situation, wie wir sie momentan im Iran haben. Schon damals gab es Proteste gegen die herrschende Klasse, die natürlich allesamt aus Männern besteht. Weil im Iran hat man als Frau kein Mitspracherecht bei irgendwas. Also das findet dort nicht statt. Und auch damals gab es schon Proteste. Und auch damals kamen schon Leute bei diesen Protesten um. Damals wurde eine Studentin erschossen namens Nedar, worauf die Proteste noch angeheizt wurden. Und das ist ja dieselbe Situation, wie wir sie jetzt haben, wo auch eine junge Frau umkam in der Gefangenschaft und fast den Protest wieder entfacht hat. Und auch schon damals war es so, dass da der Staat einfach knallhart durchgegriffen hat. Die Leute wurden umgeknüppelt. Sie wurden erschossen. Sie wurden verschleppt. Und sie kamen aus der Verschleppung teilweise niemals wieder. Das ist sehr eindrucksvoll in diesem Band dargestellt. Nämlich bei der Suche durchlaufen die Mutter und ihr noch existenter Sohn verschiedene Bereiche des Landes, wo sie überall gucken, wo er sein könnte. Wir kriegen Einblicke in das Demonstrationsgeschehen, was da passiert. Wir kriegen Einblicke, wie das da in so einem Staatsknast im Iran, was da so passiert. Wir kriegen von der Überwachung, wie Menschen dort überwacht werden, von den revolutionären Garten und so weiter, kriegen wir einen sehr harten Eindruck, was dort passiert. Und was ich sehr hoch dem Buch einrechne, weil das ist nicht bei allen Büchern so, es gibt einen sehr umfangreichen Bonusteil, wo das Ganze dann auch noch erklärt wird. Also wo wirklich genau beschrieben wird, was und warum. Und was mich wirklich am meisten beeindruckt hat, sie haben sämtliche Namen von allen Menschen, die zwischen der nach der islamischen Revolution im Iran, die ich glaube in den 70ern ist es passiert, passiert ist. Bis zu 2010 haben sie alle Toten und Verschleppten, die nicht wieder aufgetaucht sind, haben sie namentlich darin aufgeführt in dem Band. Alles sehr klein natürlich, weil es sind einfach Unmengen von Menschen, die da einfach getötet wurden oder verschwunden sind, weil sie nicht gemacht haben, was irgendein Revolutions-Heinz ihnen da gesagt hat. Und das finde ich super, diese Art von Unterhaltung, wo man unglaublich viel lernen kann über die Zustände da, weil so detailliert wie das hier oder auch im Persepolis wird das ja auch sehr eindeutig dargestellt. Das kriegt man sonst nicht hin und ich kann es nur jedem empfehlen, auch das ist jetzt schon einige Jahre alt, aber es hat an seiner Aktualität nicht verloren. Und auch den kann man sehr gut breedstormen, denn der ist auch, glaube ich, für 4 Euro oder so in meine Sammlung geraten und der war ursprünglich, glaube ich, auch so 25 so im Hardcover. Und ja, schaut da ruhig mal rein, wenn ihr euch für das Geschehen da interessiert, wenn ihr mitsprechen wollt, was da vielleicht passiert und einfach einen sehr schönen Einblick in den Alltag der Menschen da, der wirklich gruselig ist, wirklich bekommen möchtet. Ist das Ganze letztlich eine sehr individuelle, also eine persönliche Geschichte, wirklich nur quasi ein Teilausschnitt und eine ganz subjektive Wahrnehmung der Geschehnisse selbst oder gibt es irgendwie einen Gesamteindruck von der Situation im Land? Ja, durch die Augen der Protagonisten siehst du quasi die Gesamtsituation. Er führt das so von Kapitel zu Kapitel und du siehst dann auch so Leute, die im Untergrund Flugblätter drucken, du siehst Leute, die sich versuchen zum Widerstand zu organisieren, wie das in Krankenhäusern da zum Beispiel vor sich geht. Und es ist wirklich exakt dasselbe, dass du heute siehst, wenn du die Nachrichten anmachst, wenn du siehst, wie da die Leute umgeknüppelt werden und wie versucht wird, Menschen im Namen von einer Religion zu unterdrücken. Wann hast du gesagt, spielt das alles? Während der Grünen-Revolution, also nicht während der Grünen, sondern während des arabischen Frühlings. Also es spielt schon so 2009, 2010 und wie gesagt, das Buch kam 2011 dann raus, als es auf dem Blog beendet war. Ja, weil gerade jetzt im direkten Vergleich zu Persepolis, den ich jetzt wirklich ganz aktuell im Kopf habe, fällt mir hier, wenn ich durchs Artwork so durchscrolle, was ich finde online, natürlich auf, dass es alles sehr viel moderner ist. Wir sehen Handys, wir sehen natürlich auch Leute, keine Ahnung, in einem Adidas-Pullover da rumstehen oder so. Das ist so schon gerade ein krasser Unterschied. Es gibt hier alles online, viel Online-Sachen, Blogs. Ich wäre nicht überrascht, wenn ich irgendwo ein Twitter- oder Facebook-Symbol im Comic finden würde. Das ist schon sehr beeindruckend. Vor allem finde ich auch die Splash-Pages, die ich hier gerade sehen kann und vermutlich sind die Splash-Pages, auch sehr detailverliebt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zum Artwork sagen. Es hat ja auch cartooneske Züge, wie es aussieht. Wie hat dir das gefallen? Womit kann man es vielleicht vergleichen? Ja gut, für mich hat sich natürlich der Vergleich mit Persepolis aufgedrängt, die auch schwarz-weiß unterwegs war. Aber hier ist es, wie du schon sagst, ein bisschen cartooniger insgesamt und detailverliebter als Persepolis. Und die Splash-Page, die du erwähnst, das sind halt teilweise albtraumhafte Bilder, wo wir Fabriken sehen, wo wir die Köpfe von, ich weiß nicht, ist es Khomeini oder wer ist es mit offenen Mündern dastehen, wo förderbandmäßig ihm dann Menschen in den Mund reinfahren, die dabei wahrscheinlich sterben werden. Überall siehst du Zahnräder, du siehst Leute, die, ja muss man auch sagen, eine offizielle Todesart im Iran ist halt auch einfach, dass du am Kran aufgehangen wirst. Also wenn du was gegen die Religion sagst, wenn du vielleicht homosexuell bist, das wird ja nicht sonderlich gut aufgenommen, sondern du wirst öffentlich an einem Kran erhangen, damit du das auch schon schön von weit weg sehen kannst. Das ist eine vollkommen legitime Sanktion für Fehlverhalten, genau wie Steinigung. Das ist alles ganz normal da und ja, der Staat spielt da mit und fördert das. Und das ist, wie gesagt, wir können uns das jetzt in Europa glücklicherweise so nicht mehr vorstellen, dass Leute irgendwo öffentlich gehangen werden, da, wie gesagt, sogar an Kränen, ne? Ja. Ja, ich vermute, dass es auch voller Szenen steckt, die einem so echt ans Herz gehen. Das ist so. Teilweise, habe ich überlegt, sind diverse Damen drin, die ganz schön, ähm, ganz schön burschikos auftreten dafür, wie die Zustände da wirklich sind. Aber auch da muss man natürlich sagen, der Iran war ja vor der islamischen Revolution ein sehr offenes Land. Also wenn man da Bilder aus den 60ern sieht, Schar hin oder her, ja, eine Schar von Persien, als der noch geherrscht hat, da war es vollkommen legitim, dass man da sich auch in Badekleidung oder im Rock da zeigen konnte in diesem Land. Und das ist jetzt halt alles nicht mehr möglich, ne? Und das ist halt ein Punkt, warum die Leute jetzt auf die Straße gehen. Also jetzt, da kommt es jetzt nicht drauf an, ein Kleidungsstück mehr oder weniger, sondern, sondern kommt es dann auf die Unterdrückung und das Selbstverständnis der herrschenden religiösen Klasse an sich an. Darum geht es ja da. Nicht, ob du jetzt ein Kopftuch tragen musst oder nicht. Wahnsinn. Also in dem Land hat sich viel getan, das ist ja auch ein bisschen so der Ansatz gewesen. Persibulis hat ja praktischerweise gerade zur Situation im Iran gepasst, was man da für Videos gerade sieht und für Eindrücke sammelt. Was in dem Land los ist, ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe allerdings auch, und Persibulis fängt ja, glaube ich, also fängt an in den 78, glaube ich. 79, das ist ja schon ein Land, das ist ja eigentlich schon immer absolutes Chaos und Tode und Unterdrückung und immer auf dieselbe brutale Art und Weise. Es ist vor allem, finde ich, auch erschreckend, wie langatmig da diese Unterdrückung letztlich ist und wie radikal. Das ist so das, was es mir so schwer macht, das Ganze irgendwie zu greifen und damit umzugehen. Denn andere, also, warum kann man da einfach so fliehen? Will man das überhaupt? Keine Ahnung, das sind Fragen, die ich mir dann stelle, die in Persibulis jetzt nicht zwangsläufig beantwortet werden. Hast du was gelernt in dem Comic? Hast du da irgendwas rausgenommen, was du vorher noch nicht wusstest oder geahnt hast? Ja, durch Persibulis war mir schon einiges bekannt, aber dass die aktuelle Situation jetzt wirklich deckungsgleich ist mit der vor zwölf Jahren, also das hatte ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Das war eine traurige Erkenntnis. Und ich hoffe, dass diesmal der Ausgang anders sein würde als damals. Patrick, heute geht es mindestens dreimal um durchaus vergleichbare Comics. Könntest du dich für den interessieren? Ja, ich könnte mich für den interessieren. Gerade bei 4 Euro ist die Hemmschwelle gar nicht mal so hoch. Das klingt eben auch sehr hart. Und da muss sie eben wirklich in der richtigen Stimmung für sein. Es gab ja sogar eine relativ aktuelle Serie namens Homeland. Da ist so eine Hinrichtung auch gemacht worden im Iran. Also so eine Kran-Hinrichtung, ohne großartig zu spoilern. Und ja, es geht wirklich an die Substanz schon beim bloßen Hören. Okay, alles klar. Ich würde gerne hier immer ein bisschen Variation und Abwechslung mit reinbringen. Und da denke ich, Patrick, könntest du einfach mit deiner nächsten Besprechung auch anfangen. Na klar. Also, damit hier zumindest ein bisschen Weihnachtsstimmung reinkommt, habe ich von Kai Meier, der Speichermann. Es wurde von Jana Heidersdorf adaptiert. Die hat auch von Stephen King Sleeping Beauties adaptiert. Das ist eine Adaption von der Kurzgeschichte von Kai Meier. Die Kurzgeschichte findet man auch als Bonusmaterial. Dann am Schluss, wie man es oft bei Kai Meier-Adaption gewohnt ist. Und es geht um einen Jungen. Der Junge wird nie namentlich genannt. Er wird einfach nur der Junge genannt. Der findet nach dem Tod seiner Mutter auf dem Speicher. Einen grauen alten Mann, der ihn mit Geschenken ködern will. Wer das ist, ist jetzt kein großer Spoiler. Es ist eine recht düstere Interpretation vom Weihnachtsmann. Und er wehrt sich am Anfang noch gegen diesen Weihnachtsmann. Aber immer, wenn er in der Trauerphase steckt, läuft er dann doch zum Speicher hin. Und lässt sich mehr und mehr von diesem grauen alten Mann quasi für sich vereinnahmen. Dieser Mann lebt da auch schon seit einer Generation anscheinend auf dem Speicher. Und es zieht sich auch über mehrere Jahrzehnte. Aber nach und nach nimmt er den mehr und mehr für sich an. Diese Story hat von der Optik her was sehr Trostloses. Hat schon fast was Dave McKean-artiges. Du siehst auch fast immer nur den Jungen und den Weihnachtsmann. Die Eltern oder sonst wen hörst du eher aus dem Off, wenn du sie überhaupt siehst. Und dadurch wird diese Isolation von diesen kleinen Jungen quasi auch sehr, sehr bildlich dargestellt. Und man merkt, wie ungut es ihm eigentlich geht. Und wie ihn dieser alte, böse Center-Verschnitt nach und nach einnehmen kann. Es ist ein sehr, sehr schön düsteres, kurzweiliges, böses Weihnachtsmärchen. Und mir hat das sehr, sehr Spaß gemacht. Also es ist nicht länger, als es sein sollte. Es wirkt nicht wie so eine Filler-Story. Das ist so kurz, wie es sein muss. Und dann ist es auch in sich abgeschlossen. Also wer keinen Bock hat auf Weihnachtskitsch, greift da gerade damit zur richtigen Adresse. Klingt interessant. Hat mich tatsächlich im ersten Eindruck und das Erste, was du da erzählt hast, quasi irgendwie so ein Monster. Und der Weihnachtsmann ist halt eine Interpretation des Weihnachtsmanns. Hat mich erinnert und weil ich es eben gerade vor kurzem erst gesehen habe, an eine Episode von Love, Death and Robots. Da gibt es eine Animationsepisode von quasi, da ist der Weihnachtsmann quasi eine Art Monster oder Alien viel eher. Aber das ist ja doch sehr viel, naja, also es ist halt schon mehr hier drin in diesem Comic, wie mir scheint. Ich klicke gerade beim Splitter Verlag auf der Website durch die Leseprobe. Und mal davon abgesehen, dass das hier wahnsinnig gut aussieht. Es ist auch wirklich alles, also es ist einfach interessant designt und düster und, ach schön. Trostlos. Und schön trostlos, genau. Wie Weihnachten es so halt sein sollte. Ja, das steht für sich, das sind bestimmt nicht viele Seiten. Was hast du gemeint, das sind ja 72 Seiten, immerhin, doch schon. Ja, und viele Seiten davon sind auch Bonusmaterial. Ich gehe mal gerade durch. Also an sich, zehn Seiten davon am Schluss dürften mindestens mal die Kurzgeschichte sein. Also insgesamt vielleicht 62 Seiten. Ich gucke gerade mal hier, was die Jana Heidersdorf sonst noch so gemacht hat. Und sagen wir mal, wenn einem die Stilistik hier in dem Comic gefällt, dann kann man sich gerne noch mit ihren sonstigen Projekten mal befassen. Die sind nämlich alle sehr ähnlich. Die sind alle düster. Also, ich mag ja, ich mag ja alle, ich mag ja diese Gothic-Sachen. Und da passt es halt schon ganz schön gut rein. Ey, das passt super. Das hätte auch, du könntest sagen, wenn du bei Tim Burton bei der Optik so dieses Verspielte rausnimmst, dann hast du genau hier dieses Trostlose. Sag mal, Breedstorm, Trostlose ist doch genau dein Ding, ne? Ja, vor allem, wenn du sagst, Tim Burton rausnehmen, das finde ich ganz gut. Nee, bist du nicht so Fan? Nee, mir ist das zu verspielt, wie er es schon gesagt hat. Das ist, weiß ich nicht, das ist mir zu Kaugummi-artig. Wenn, dann will ich es richtig depressiv. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr depressive Weihnachtsgeschichte. Ach, schön, was Kuscheliges vorm Kamin. Ja, passend dazu habe ich die winterliche Erkältung mitgebracht in den Cast, damit noch mehr Weihnachtsstimmung aufkommt. Ach, schön, noch eine Rasierklinge dazu, toll. Ja, also, Tim Burton ist einfach zu sehr Elektrohexe und zu wenig das Scharlach-Rote-Kleid. Wow, jetzt bin ich aber überfordert, das musst du kurz erklären. Es gibt eine schöne Band aus dem schönen Thüringen namens Eisregen und die haben unterschiedliche, wie soll ich das sagen, Lied-Einflüsse. Und wie gesagt, Tim Burton ist zu sehr Elektrohexe. Tim Burton hat auch immer diese Ringel-Pullis und alles. Schon allein da diese gewissen Schrulligkeiten, die den Tim-Burton-Stil ausmachen. Ja, willkommen zum großen Tim-Burton-Hass-Podcast. Ich hasse Tim Burton nicht, aber ich verstehe, was man nicht mögen kann. Die liebe Sandra hat wohl in der Comicszene was Positives über den Comic auch geschrieben. Meint auch, dass es super zur kalten Jahreszeit passt und zu Weihnachtstagen. Und noch andere tolle, ja, Pressezitate gibt es hier auf der Website. Die werden natürlich jetzt nicht die Dinger da zitieren, die eher negativ sind. Aber ich glaube, das war eine Empfehlung von dir, Patrick, richtig? Oh ja. Sehr gut. Gut, dann machen wir doch mal weiter mit einem Beitrag vom lieben Andi. Und der Andi hat uns Einspieler zur Verfügung gestellt. Diese Einspieler, die habe ich hier allesamt vorbereitet. Und wir werden jetzt wieder was hören aus dem Bereich Iran-Comics. Und auch den habe ich sogar gelesen. Ich bin also sehr gespannt, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, Technik. Denn im besten Fall klicke ich jetzt und dann geht es einfach so los. Der erste Comic, den ich heute vorstelle, heißt Die Spinne von Machat. Der Comic ist von Mana Neyestani geschrieben und gezeichnet. 2018 bei der Edition Moderne auf Deutsch erschienen in der Übersetzung von Christoph Schuler. Und im Original ist er 2017 in Frankreich erschienen. Als der Andi uns gesagt hat, dass er Persepolis vorstellen möchte, habe ich ein bisschen recherchiert, welche Comics bei uns in Deutschland auch so zu haben sind, die sich irgendwie mit dem Iran beschäftigen und vielleicht was vom Iran erzählen, um da eventuell ein kleines Thema auch für diese Folge draus zu machen. Und da bin ich eben unter anderem über Mana Neyestani gestoßen. Die Spinne von Machat ist sein zweiter Comic. Er hat vorher noch einen autobiografischen Comic geschrieben und gezeichnet. Damals ein iranischer Albtraum. Ist auch bei der Edition Moderne erschienen. In diesem Comic erzählt er seine eigene Geschichte, wie er im Iran wegen einer Zeichnung ins Gefängnis gesteckt wurde und dann irgendwann nach Europa fliehen konnte und jetzt eben in Frankreich lebt und zeichnet. Und ja, der Comic, den ich eigentlich vorstellen möchte, die Spinne von Machat, ist kein autobiografischer Comic, aber es ist ein Comic, der auf einer wahren Geschichte basiert. Mana Neyestani stieß irgendwann auf eine Dokumentation namens und der Long Came a Spider, die sich mit einem Serienmörder im Iran beschäftigt. Ein Maurer, der in den Jahren 2000 und 2001 mehrere Prostituierte, mindestens 16, ermordet hat, auch gefasst wurde, verurteilt wurde, hingerichtet wurde, aber es eben auch Proteste gab gegen die Verurteilung und Hinrichtung dieses Mörders, weil sein Ansinnen religiös basiert war. Er war der Meinung, dass diese Frauen gegen das Gesetz verstoßen und dagegen vorgegangen werden muss und er das quasi in die Hand genommen hat, sich irgendwie berufen fühlte, diese Frauen zu bestrafen, indem er sie umbrachte. Und ja, Teile der Bevölkerung der Meinung waren, dass daran nichts Verwerfliches sei, dass er eigentlich nur nach dem religiösen Gesetz gehandelt habe und von daher könnte man ihn dafür auch nicht bestrafen. Ich kenne mich jetzt natürlich nicht so optimal aus mit dem Iran, mit der iranischen Geschichte. Man verzeiht mir auch, wenn ich irgendwelche Namen falsch ausspreche. Ich nehme also meine Informationen hauptsächlich eben auch aus diesem Comic, aus dem Vorwort, aus ein paar anderen Sachen, die ich gelesen habe. Gerade die Stadt Mashhad scheint so ein bisschen das religiöse Zentrum zu sein, das besonders konservativ-religiös ist, wo also das religiöse Gesetz besonders streng befolgt und beachtet wird. Und gerade eben in dieser Stadt waren, wie gesagt, Teile der Bevölkerung der Meinung, dass das vollkommen okay sei, Prostituierte zu ermorden, weil die sich ja eben nicht nach dem religiösen Gesetz ihr Leben gestalten. Mich hat dieser Comic sehr beeindruckt. Also zum einen ist natürlich die Geschichte sehr, sehr interessant, darüber was zu erfahren. Ich möchte diese Dokumentation auch noch sehen. Ich habe sie auf Vimeo gefunden im Internet, aber noch nicht gesehen bis jetzt. Aber gerade auch die Umsetzung, die zeichnerische Umsetzung von Mane Estani hat mich sehr beeindruckt. Also der Comic, er sagt es auch ganz offen, basiert also quasi auch auf dieser Dokumentation. Das ist auch mit den Journalisten, die diese Dokumentation gemacht haben, quasi abgesprochen. Die zeichnerische Umsetzung, wie gesagt, fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Also Mane Estani arbeitet sehr, sehr viel mit Kreuzschraffur. Das ist eine sehr, sehr interessante Optik. Aber auch gerade wirklich so das sequenzielle Erzählen in diesem Comic hat mich sehr beeindruckt. Also wenn man davon ausgeht, dass es eigentlich in Anführungsstrichen erst sein zweiter Langcomic ist, also soweit ich das verstehe, war er eigentlich mehr so als Zeitungskartonist, Karikaturist beschäftigt im Iran und glaube ich, tut das auch noch in Frankreich. Ja, wie gesagt, hat es mich doch sehr beeindruckt, wie gekonnt er auch in die Spinne von Machard wirklich so das Comic-Erzählen praktiziert und zelebriert. Also ich wurde tatsächlich richtig reingesogen in die Erzählung der Geschichte, eben nicht nur inhaltlich, sondern auch über das formale Erzählen des Comics. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt. So beeindruckt, dass ich dann eben mir auch gleich noch den anderen Comic von ihm aus der Bücherei geholt habe und auch gelesen habe. Auch zu empfehlen. Nicht ganz so gekonnt, finde ich, erzählt. Vielleicht hat das auch inhaltlich ein bisschen mehr Schwierigkeiten, weil man eben sehr viel Zeit in diesem Gefängnis verbringt, aber nicht zu viel zu diesem Comic. Die Spinne von Machard ist so der, den ich auf jeden Fall stark empfehlen würde. Einerseits, wie gesagt, weil er eben als Comic sehr, sehr gut gemacht ist und andererseits aber eben auch einen Einblick gibt in ein Kapitel, in eine besondere Geschichte aus dem Iran, die wir vielleicht nicht so kennen. Und diese Geschichte dieses Mörders und auch der Reaktion der Bevölkerung auf seine Taten so ein bisschen exemplarisch verstanden werden will für wie Teile der iranischen Bevölkerung Frauen sehen in ihrer Bevölkerung beziehungsweise wie die Situation für Frauen sein kann in diesem Land, wo eine starke Unterdrückung herrscht, wo wenig Rechte für Frauen zum Teil anerkannt werden. Und ja, wir sehen das jetzt natürlich eben gerade aktuell in den letzten Wochen und Monaten mit den Protesten im Iran, wie so die Situation da ein bisschen ist. Und wie gesagt, da gibt dann eben diese Geschichte, die Spinne von Machard, ein bisschen einen Hintergrund mit dazu, exemplarisch an diesem besonderen Kriminalfall, der eben für viel Aufsehen auch gesorgt hat vor über 20 Jahren mittlerweile. Also, die Spiele von Machard von Maya Mana Neyestani erschienen in der Edition Moderne. Eine Empfehlung von mir. Danke, lieber Andi. Das scheint mir auch wieder so einer zu sein, der, ich habe den ja auch gelesen, ist nur schon so noch ein bisschen her, halt wirklich wie so einen sehr individuellen Einblick in die iranische Gesellschaft gibt. Und an wirklich wenig da von diesem Comic kann ich mich noch erinnern. Aber unter anderem dieses Frauenbild-Ding, von dem der Andi gesprochen hat, weiß ich noch genau. Da gibt es auf jeden Fall eine Szene, in der eine Frau in ein Gefängnis, glaube ich, geht, weil die da dieses, ich denke, lass es sogar, ich glaube, es ist die Eröffnungsszene. Ich habe hier gerade vor mir den Comic. Und da ist ja wirklich der Umgang der Person in diesem Gefängnis, also, das so genau weiß ich nicht mehr, mit der Frau und wie er sie dann zum Beispiel darauf hinweist, dass sie jetzt doch mal bitte ihre Haare, glaube ich, auch unter ihrem, was ist das, ihrem Kopftuch verstecken soll. Also, das ist genauso, wie der Andi sagt, das ist auf jeden Fall ein Aspekt dieses Comics, der ihn unter anderem auch lesenswert macht. Und dann ist aber gleich im Anschluss die Szene, wo die Frau aus diesem Gefängnis rauskommt und dann erstmal durchatmen muss und natürlich eine raucht und sehr klar wird, okay, das ist schon, die müssen sich halt ganz schön verstellen und dürfen nicht mehr sich selbst sein. Das ist sehr eindeutig. Und ich habe den Comic auch als sehr gut in Erinnerung und auch als sehr eindruckend und einprägsam. Ich kleide da keine Details mehr so zusammen, aber ich denke wirklich, um es jetzt noch ein drittes Mal zu wiederholen, hier das Frauenbild eine größere Rolle spielt. Breedstorm, sagt dir dir irgendwas? Nein, aber ich habe mir eben schon auf den Merkzettel geschrieben. Okay, alles klar. Auch wieder schwarz-weiß, das haben unsere Iran-Comics heute alle gemein. Das ist definitiv so und ich würde, glaube ich, auch mal einen Blick in den anderen werfen, den der Andi da erzählt hat. Der ist ja auch mega verwöhnt. Der sagt uns ja immer, was er Bock hat zu lesen und dann postet er in unserer internen Gruppe mal spontan ein Foto davon, dass natürlich genau dieser eine besondere, spezielle Comic, von dem wir alle im Regelfall noch nie gehört haben, in seiner Bibliothek lokal vorhanden ist. Also da könnte ich schon so ein bisschen neidisch werden. Ich glaube, ich muss mich nochmal mit dem Thema Fernleihe beschäftigen. Patrick, was meinst du? Wäre das was für dich? Auf jeden Fall auch gerade mit der Einbindung des Kriminalfalls hat das schon eine interessante Ebene und auch die Rolle der Frau im Iran. Das ist wirklich heftig, was hier stattfindet. Also der hat mich mit der Besprechung instant schon mal angefixt. Also lage ich mir gern von dir aus. Das kriegen wir hin. Mega. Ja, dann vielen lieben Dank auch an den Andi für seinen ersten Einspieler heute. Nun möchte ich was erzählen zu einem Comic von einem Mann, von dem ich vorab immerhin schon einen weiteren Comic gelesen hatte. Die Rede ist von Njipi. Njipi ist, soweit ich das weiß, Italiener. Das macht ihn nicht zwangsläufig zu einer guten Comic-Autorin. Allerdings kann ich sagen, dass das, was ich von ihm gelesen hatte, und das war der Comic namens Die Welt der Söhne, ebenfalls erschienen beim Avant Verlag, mich nachhaltig wirklich beeindruckt hat. Das ist ein sehr, also ein depressiver Comic quasi. Er spielt in einer Post-Post-Apokalypse und wir sehen Menschen dabei zu, wie sie versuchen, in einer sehr kaputten Welt zurechtzukommen. Und die allein emotionale Ebene dieses Comics hatte mich dazu gebracht, hier auf jeden Fall auch nochmal in den Comic besondere Momente mit falschem Applaus hineinschauen zu wollen. Ich habe den also gekauft, im Comic-Laden meines Vertrauens und mir den für die heutige Ausgabe gegönnt. Er ist sehr aktuell. Und bei der Frage, worum es in diesem Comic geht, bin ich eigentlich schon überfragt. Denn genau genommen geht es um viele Sachen gleichzeitig und irgendwie zwischen diesen Geschichten, die sich teilweise auch im Bild, im Panel einfach so abwechseln, ohne Vorwarnung, ist irgendwo dazwischen und das, was man dabei empfindet, die Antwort auf die Frage, um was es eigentlich geht. Und ich muss auch sagen, es ist auch ein bisschen Arbeit gewesen und erst nach Abschluss der 170 Seiten kann ich auch da jetzt so gesamt sagen, ob mir das Ding überhaupt gefallen hat oder eben nicht. Und ich würde im Nachhinein sagen, dass es um Landi geht. Landi ist ein Typ, der ist Stand-up-Comedian und der ist sehr philosophisch unterwegs und aber auch in der eigenen Welt irgendwie unterwegs. Und er hat gerade, also er hat gerade aktuell, wenn man so will, das klingt flapsiger, als es gemeint ist, das Problem, dass seine Mutter stirbt. Das heißt, er ist in der Nähe ihres Hospizes, wo sie halt nur noch bettlägerig ist und nicht mehr so viel von der Welt mitbekommt. Er ist da tagsüber unterwegs und abends macht er halt, wenn er kann, diese Auftritte und übernachtet in einem für seine Verhältnisse viel zu weit entfernten Airbnb ist es, glaube ich. Und das Ganze, also seine ganze Gedankenwelt wird uns aber erzählt mit so ganz vielen anderen Geschichten, die auch völlig absurd was ganz anderes erzählen. Ein Beispiel, eine Gruppe von Astronauten. Diese Gruppe von Astronauten ist auf einem Planeten unterwegs, auch in einem, wenn man schon, also das Artwork ist immer ähnlich, aber komplett anders koloriert. Also du siehst sofort, wenn plötzlich in einem Panel genau diese Geschichte jetzt gemeint ist, du siehst diese Gruppe von Astronauten oder Kosmonauten halt auf einem Planeten rumlaufen, der wird auch nur angedeutet und scheinbar gibt es auf diesem Planeten das Schwarz. Das Schwarz sind wie so kleine schwarze Wirbel und die tauchen auf und stellen eine Gefahr dar und die sind auch was Besonderes innerhalb dieser Geschichte, was genau das möchte ich an der Stelle noch nicht vorwegnehmen. und das ist dann plötzlich so eine Geschichte, die spielt dann irgendwie auch eine Rolle und es gibt auch da einen Hauptastronauten und der erzielt Dinge und gibt seine Eindrücke wieder und so, aber das scheint zunächst überhaupt gar keine Verbindung, keine logische, inhaltliche Verbindung zum Rest des Comics zu haben. Und das ist nur ein Aspekt, es gibt irgendwas mit dem Urzeitmenschen zum Beispiel, es gibt auch irgendeine Geschichte und da wird relativ schnell klar, wer das irgendwann ist, mit einem kleinen Jungen und dieser kleine Junge taucht dann später noch, wenn man so will, in einer zweiten Geschichte auch und so ergibt sich ein großes Gesamtbild. Aber was man hier aus diesem Comic rausnehmen kann, ist vor allem eine Atmosphäre und ein Gefühl. Und ich würde im Endeffekt sagen, in dem Comic geht es um das Verarbeiten von Trauer und generell irgendeiner Art von Depression oder depressiven Phase und eben den Umgang damit und vielleicht auch ein Stück weit, das interpretiere ich da alles nur rein, das wird so konkret ja nie gesagt, der Versuch, eine Art hoffnungsvollen Blick zu geben, der sehr simpel ist, dieser hoffnungsvolle Blick, also meine Interpretation weil es so konkret nie gesagt wird, wäre es jetzt hier auch kein Spoiler, wäre einfach nur, dass der positive Blick ist, wir vergessen ja auch Sachen, wir vergessen auch Trauer und deswegen ist Trauer halt nur eine weitere Phase im Leben und der positive Blick darauf, dass wir irgendwann quasi einen neuen Tag mit einem neuen Sonnenaufgang und einem neuen Alltag haben, dieser sollte uns hoffen, kann uns Hoffnung genug sein, so interpretiere ich das hier so ein bisschen. In einem Comic, der zunächst wirklich wirr daherkommt, der zwar wunderschön aussieht, der in ganz viele kleine Kapitel unterteilt ist und diese Kapitel sind insofern auch gut, weil sie helfen, hier beim Comic ein bisschen durchzuatmen, aber es ist schon, es ist schon auch was, also ich weiß nicht, ob es das für geübte Leser ist, da habe ich ganz andere Sachen gesehen, wo ich überhaupt nichts mit anzufangen wusste. Ja, es geht hier glaube ich um, es geht um die, um die, um das Gefühl, die Atmosphäre, um die Trauer und das alles erzählt an verschiedenen Geschichten, die lose, durch diese Geschichte des Komikers Landi zusammengehalten wird. Und ich würde vermuten, dass seine Gedankengänge und was er so für Beispiele hat, um seine Gedankengänge zu formulieren, durch diese Geschichten zumindest auch noch stimmungstechnisch erzählt werden sollen. Zum Beispiel, als immer einer von vielen Aspekten, der hier im Comic auftaucht, der Landi erfährt in jungen Jahren, dass er zeugungsunfähig ist und keinen Nachwuchs kriegen kann. Und dann wird auf mehreren Seiten halt erzählt oder er fragt, er fragt nicht direkt Gott, er fragt die Wolken, die man aber als Gott interpretieren kann. Sag mal, Goebbels hatte sechs Kinder, lieber Gott oder liebe Wolke. Wie kann das eigentlich, wie sehr musst du mich eigentlich hassen, dass Goebbels, der Nazi-Typ, dass der Propagandaminister der Nazis, dass der sechs Kinder haben darf und ich gar keins. Ja, das ist so ein Teilaspekt, wo er halt dann so halt mit was auch immer seine Gedankenwelt halt präsentiert und das ist nur eines von ganz vielen Beispielen. Er macht sich mit einzelnen Worten beschäftigt, er sich die ja dann ein paar Seiten lang seziert und wir haben grundsätzlich so fast nur Monologe, zumindest mit ihm alleine, mit diesem Protagonisten. Das wird dann später ein bisschen aufgeweicht, weil er mit einer Figur interagiert, aber er hat halt auch ständig so ein permanentes Telefonat mit wahrscheinlich seiner Frau, denn die ist halt nicht mitgereist zur Betreuung seiner sterbenden Mutter und mit der tauscht es sich immer so ein bisschen aus und ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung dieser Comic, den ich nicht uneingeschränkt empfehlen kann, so schön ich ihn auch finde, so der mich auch die ganze Atmosphäre mitgenommen hat und ich weiß nicht so genau, also dieses, dieser rote Faden, den man sich selbst hineininterpretieren muss, der wird vermutlich viele Menschen abschrecken. Es ist ein relativ intensives Werk, das kann man nicht schon so sagen, also emotional reißt einen das irgendwie mit auf so verschiedenen Ebenen, ob das jetzt, wie gesagt, für jedermann was ist, weiß ich nicht, kommt als schönes Hardcover beim Avant Verlag daher, 30 Euro für Fans von Ähm, Jibby kann ich es auf jeden Fall empfehlen, ob jetzt dieser eher verkrampfte Titel, besondere Momente mit falschem Applaus, eine Anspielung auf die finalen Szenen von ihm als Comedian sind, könnte man so sehen, muss man aber nicht, ähm, ich glaube, mich würde dazu ein längeres Interview mit Jibby sehr interessieren, das müsste ich mir halt irgendwo herzaubern oder vielleicht sogar selbst führen. Ha! Ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch, das frage ich mal ganz offen in die Runde, ihr könnt gerne Ja und Nein ins Mikro pullen, schon mal was von Jibby gelesen? Nein. Ja, also ich hab, äh, äh, drei Songs hab ich von ihm gelesen, das ist aber auch schon eine Zeit lang her. War das auch ein so sehr emotionaler, teilweise interpretationsfreudiger Comic? Weißt du das noch? Boah, ich hab da echt wenig Erinnerungen dran, ich weiß, optisch hat's mir sehr gut gefallen, aber es war vielleicht ein bisschen zu verkopft für mich. Ja, verkopft könnte auch hier auf jeden Fall ein Kritikpunkt bei diesem Werk sein. Das, ähm, ja, ist vielleicht so seine Art, ich kenn halt nur das, also fünf Songs heißt der, den du da gelesen hast, den kenn ich jetzt nicht und er zwischenzeitlich ist auch noch was erschienen namens Eine Geschichte, ähm, auch nicht so lange her, März 22 war das wohl, ähm, ja, kann ich leider auch nichts zu sagen, ist aber glaube ich stilistisch, also halt jiby, weil der Teil kolorierte halt in die Welt der Söhne hat er nicht koloriert, es war alles nur schwarz-weiß, was auch super zum Setting gepasst hat und, äh, wie gesagt, sehr düster ist. Äh, Patrick, hast du Interesse? Mir ist der Comic auf jeden Fall in letzter Zeit in unserer Comic-Bubble immer wieder hochgeploppt. Ich finde das Artwork auch sehr ansprechend. Muss dazu sagen, das ist wirklich wirklich ein bisschen verkopft, also würde ich da lieber erstmal reinlesen wollen, bevor ich mir dann mein finales Urteil bilde oder sogar 30 Euro investiere. Aber jetzt Probelesen würde ich auf jeden Fall, das klingt interessant, verkopft und melancholisch, äh, verströmt nicht so diese Lockerheit, die dieses Cover da ausstrahlt. Auf jeden Fall. Weil wenn man sich das Cover allein ansieht, dann könnte man denken, das wäre aus dem Alltag eines Comedians. Und ich bin mir auch nicht sicher, also so ehrlich muss ich ja sein auch, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Comic wirklich verstanden habe, wenn ich den so interpretiere. Weil, also ich sag mal, so alle Geschichten kann ich in irgendeiner Form als Kunst begreifen, um die Geschichte und diese Atmosphäre und die Gefühle des Protagonisten zu erklären. Ja, also wenn halt, keine Ahnung, was ist das eigentlich für ein Urmensch und so. Aber was mir relativ schwer fällt, ist dann die Geschichte mit diesen Astronauten zu erklären. Was die da genau drin verloren hat, alles, was ich da an Verbindungen herstellen würde, empfände ich als sehr konstruiert. Da finde ich keine Antwort drauf. Wenn ihr eine Antwort darauf habt, liebes Publikum, dann seid ihr herzlich eingeladen, da mal ein bisschen was zu schreiben. Gerne auch auf unseren Social Media Plattformen, die wir haben. Also ich streue sie gerne nochmal. Facebook, Twitter, Instagram könnt ihr uns finden. Oder auch an die Chatgruppen, die wir haben. Auf Telegram und Signal seid ihr herzlich eingeladen, Kontakt mit uns aufzunehmen. Alle relevanten Links dazu findet ihr in den Shownotes. Einfach draufklicken und glücklich sein. Damit ist die erste Runde hier durch mit Comics, die wir vorstellen wollen. Und wir machen am besten gleich mal weiter. Und damit wären wir beim zweiten Comic von Breedstorm. Dann sind wir jetzt bei Flucht aus Berlin von Gerhard Seyfried. Ein Comic aus dem schönen Jahr 1990. Wie bin ich dazu gekommen? Ich war auf einem Bücherbasar. Da ist die Comic-Ecke traditionell sehr klein und mir ist mir gleich ins Auge gefallen, weil er sehr knallig und bunt ist. Kommt ein bisschen daher wie ein Carlsen-Album, ist aber erschienen im Rotbuch Verlag, was schon einiges über den Inhalt hier sagen wird. Gerhard Seyfried hat mir nicht so viel gesagt. Ich weiß, ich war mal im Comic-Festival in München, wo er geehrt wurde fürs Lebenswerk, glaube ich. Und ja, es handelt sich dabei um einen Herren, der 1948 geboren wurde. Aber wie er selber schreibt, seit 1977 weg aus München ist. Und wo ist man, wenn man so, wie soll ich das sagen, ein sehr linkseingestellter, abgefahrener Künstler sein will, wo ist man da 1977 hingegangen? Natürlich nach West-Berlin. Das war der Place to be, da wurden Häuser besetzt, da gab es sehr viele Demos, da gab es sehr viel Party und da ist der gute Seyfried dann hingegangen. Und ja, also ich bin sehr überrascht von dem Comic, weil es doch ganz anders war, als ich mir das gedacht habe. Auf dem Cover sehen wir das Brandenburger Tor, wie eine Horde aus Menschen da durchgeht. Es sind sehr, sehr viele in Anzügen, die tragen Schilder mit geilen Autos, Zasterzinsen, Verfassungsschutz, Freiheit, Freiheit übrigens leicht inflationär genutztes Wort in letzter Zeit, aber da stand es auch schon auf dem Plakat. Und vorneweg gehen noch ein paar Nazis, die einen großen Kohl vor sich hin tragen. Also es ist sehr lustig und man sieht, wie einer der Protagonisten versucht, aus der Stadt zu fliehen, die ihm nicht gefallen hat. Und im Hintergrund sehen wir dann nicht die Deutsche Bank, sondern es ist die Großdeutsche Bank. Und das ist eigentlich schon, und sie marschieren natürlich durch die Mauer, also weil es geht hier nämlich unter anderem um den Mauerfall in Deutschland. Und ja, es ist offenbar aus der Sicht von Gerhard Seifried und seinem Kumpel geschrieben, sie gucken, wie sie die Stadt so erleben und die Zeichnungen sind ja schon sehr abgefahren. Also es ist so, ihr könnt euch das so vorstellen wie eine kolorierte Version von Werner, aber mit ultra vielen kleinen Anspielungen in jedem Pendel und gerade auch in den Splash Pages, da hat er tausende Sachen wenn er da so Stadtbilder einbaut von Berlin, hat er tausende Sachen eingebaut, sehr sozialkritisch, sehr, sehr links dann das Ganze und beschreibt so seine Welt und warum er aus Berlin flieht. Am Anfang von der Geschichte ist er noch so abgefallen, ist es noch, steht die Grenze noch und sie kommen am besetzten Haus vorbei, wo sie natürlich unterstützen wollen, die Polizei kommt die Polizei fährt mit so einem Räumpanzer, will durch das Tor fahren, aber es ist gar kein Tor, sondern es ist einfach ein Tor, was auf Papier gemalt wurde, sie fahren so schnell dadurch, dass sie auf der anderen Seite durch die Mauer stoßen und plötzlich sich im Osten einem Grenzpolizisten der DDR gegenüberstehen und dann wird die Polizei also die westdeutsche Polizei in dem Fall dann natürlich verhaftet mit den Worten runter vom Panzer, aber höppler, sonst knallt's, abführen, also er hat da, baut da richtig sein Umfeld ein, was er da in West-Berlin offensichtlich gesehen hat und ja, insgesamt sehr viel gegen Polizei, sehr anarchistisch, was er hier so einbaut, sehr viel Sozialkritik und ja, also es ist unglaublich schwierig zu beschreiben, weil die Geschichte macht überhaupt keinen Sinn, er fährt dann mit seinem Kumpel nach Moskau, weil er da einen Kunstauftrag hat, aber bei den Sobjords kommt's auch relativ schlecht an, was er da so, was er da so in die Propagandaplakate, an den Wänden so dranmalt, das ist nicht ganz so, es geht um viel Saufen, es geht um viel Drogen und Sozialkritik, ja und am Ende der Reise kommen sie natürlich, nachdem sie natürlich auch ein Verstrahlungsmonster aus Tschernobyl getroffen haben, kommen sie natürlich wieder zurück nach Berlin und stellen fest, alter, die Mauer ist ja gefallen, was geht denn jetzt ab hier, dann geht die Sozialkritik aber so richtig los und man sieht, das neue Berlin, wo auch da sieht er sehr, sehr viele Nazis, er sieht nicht nur Nissan und andere Autofirmen auf den Häusern stehen, da steht dann auch NATO, da gibt's einen Mietbarometer an dem Gebäude, was einfach riesig ansteigt, es ist überall Werbung, Werbung für Olympia in Berlin wieder, wir sehen Glatzen aufmarschieren, wir sehen aber auch sehr, sehr viele Punks, die ziemlich runtergekommen sind, es ist ein Laden auf, da steht drauf, Ossi-Falle, billig, 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 Ghetto-Blaster-Jeans, 05D-Mark und sowas, also er hat ja glaube ich so ein gewisses Trauma verarbeitet, was er offensichtlich in ein Jahr da so erlebt hat, wo die Grenze geöffnet wurde und das auf seine ihm eigene Art, also mit sehr, sehr viel Sozialkritik, mit sehr viel Behördenkritik hier umgesetzt und es ist einfach nur ein riesiger Spaß, wenn ihr das wirklich günstig irgendwo schießen könnt, ist das auf jeden Fall was, aber ihr solltet es halt in keinster Art und Weise ernst nehmen, außer vielleicht aus satirischen Gründen, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr, sehr viel gelacht und sehr, sehr viel den Kopf geschüttelt und, ja, rein optisch dieses, ja, wie Werner koloriert so ein bisschen, aber auch nicht durchgängig den Stil, sondern zwischendurch einfach mal ein bisschen was anderes reingehauen, gern auch mal was durchgepaust sehe ich hier, also wenn er so eine Lok zeichnet, die paust er dann schon gerne mal durch, nicht so in seinem üblichen Stil, aber auch, es lohnt sich schon allein um das sowjetische Plakat, was umgestaltet wurde von Seyfried zu sehen, da hat er sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, eine eigene Figur neben die, ja, wie soll ich das sagen, neben die Arbeitergesellschaftsheldendarstellung, die wir so von so Propaganda-Wanderplakaten, Wandplakaten kennen, darzustellen, also richtig lustiges Ding und für mich der, wahrscheinlich der Zufallskauf des Jahres. Tolles Fazit, also ist halt, glaube ich, auch was für ein Moment und so und schön, scheint mir eine lockere, flockige, kurzweilige vor allem Unterhaltung zu sein und auch nicht so teuer, wenn ich gerade so ein bisschen rumgoogle, ich kenne den Seyfried gar nicht, ich habe von dem mal gesehen, dass der mal ein Artwork gemacht hat für das Comic-Festival München, daher kann ich das so ein bisschen zuordnen, aber ansonsten habe ich ja überhaupt gar keine Verwendung zu, Patrick sagt dir, der was oder vielleicht sogar der Comic? Nein, bisher leider nicht. Ja, vielleicht muss man mal einen Blick reinwerfen und das Ganze mal irgendwo hin, also irgendwo her weg predestormen und dann kommen wir zur nächsten Besprechung, diese Besprechung stammt wieder aus einem Einspieler, denn der liebe Andi hat hier die aktuelle Ausgabe des Strapazins vorgestellt, wer möchte sie vorstellen, hat er was vorbereitet und wenn ich hier richtig geklickt habe, dann passieren jetzt Dinge, mal gucken. Als zweites stelle ich heute die aktuelle Ausgabe des Magazins Strapazin vor, also zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist die noch aktuelle Ausgabe, es ist die Ausgabe 148 vom September 2022 mit dem Thema Ukraine, das Strapazin Magazin erscheint viermal im Jahr, also jetzt im Dezember erscheint die nächste Ausgabe, deswegen, wie gesagt, die September-Ausgabe noch aktuell zu diesem Zeitpunkt. Die meisten HörerInnen dürften das Magazin wahrscheinlich kennen, es ist aus der Schweiz herausgegeben, aber auch in Kooperation mit Deutschland, bin mir nicht ganz sicher, ob sie noch ein deutsches Büro haben oder nur hatten, aber wie gesagt, ich denke, hauptsächlich Schweizer Produkt. Diese Ausgabe ist verantwortet von Christoph Schuler, den wir vorhin schon als Übersetzer von Mananese Thanis die Spinne von Maschad in dieser Episode hatten und ich habe in meinem Leben sehr, sehr wenig Strapazin gelesen, ich weiß, dass es das Magazin gibt, ich habe das natürlich wahrgenommen und ich hatte bestimmt auch schon mal welche in der Hand, aber als ich jetzt neulich mal im Comicladen war, habe ich diese Ausgabe dort stehen sehen und eben gesehen, aha, Thema Ukraine, also Strapazin funktioniert so, dass jede Ausgabe immer unter einem bestimmten Motto, unter einem bestimmten Thema steht und diesmal eben Ukraine und wer sich zurückerinnert in der März-Episode der Comic-Cookies kurz nach dem Überfall durch Russland auf die Ukraine habe ich ja erzählt, dass ich mal so versucht habe, ein bisschen zu recherchieren, wie es denn mit Comics aus der Ukraine aussieht, was da so passiert, ich denke, wir werden ja auch Menschen Comics machen und das war für mich damals relativ schwer, da was rauszufinden, das liegt natürlich auch so ein bisschen am Sprachproblem, wenn ich nicht in der Landessprache recherchieren kann und auf Deutsch oder Englisch nicht so viel existiert, das ich finden konnte, konnte ich nicht besonders viel herausfinden und ich habe dann ja die Comics von Igor vorgestellt, seine Berichte aus der Ukraine und den Band über Russland und das ist natürlich kein ukrainischer Zeichner, Autor, sondern nur jemand, also jemand, der dort gelebt und recherchiert hat, aber war auf jeden Fall auch sehr interessant, aber es sind eben nicht Comics aus der Ukraine und deswegen hat mich jetzt dieses Magazin eben angesprochen und ich habe es mitgenommen, weil in diesem Heft explizit Menschen aus der Ukraine auch die aktuelle Situation in Kurzcomics präsentieren, verarbeiten, bearbeiten, also das ist ein Anthologie-Magazin, besteht tatsächlich hauptsächlich aus Comics, es gibt dann auch noch ein paar Seiten mit Besprechungen von aktuellen Veröffentlichungen, die jetzt nicht mit dem Hauptthema des Heftes zu tun haben, dann gibt es noch einen Artikel, der aber schon zum Thema gehört, der sich mit, wie heißt es, eine ukrainische Wanderung durch meine Bibliothek von Wolfgang Bortig, wo er ja über ukrainische Prosa berichtet, über so verschiedene Bücher aus der Ukraine, aber wie gesagt, der Großteil ist Comics, die Menschen, hauptsächlich Frauen, gezeichnet haben, die, weil ich das verstanden habe, alle oder viele davon nicht mehr in der Ukraine sind, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die zum Teil in der Schweiz sind und in ihrem jeweiligen eigenen Stil entweder autobiografisch davon erzählen, wie es in der Ukraine zur Zeit des russischen Überfalls und danach war beziehungsweise ist oder eben auch, wie die Flucht sich gestaltet hat, wie sie sich jetzt irgendwo anders einleben oder auch, ja, ein bisschen mehr eine künstlerische Bearbeitung, fiktionale Bearbeitung des Thema Krieges und der Breedstorm so sagt, es kommt sehr reproduktig daher, was die grafische Gestaltung angeht. Wie gesagt, also Christoph Schuler und Schweiz, ich denke, die Verbindung zur Edition Moderne ist hier nicht weit, die ja auch so als eine der großen Graphic-Novel-Verlage im deutschsprachigen Raum gelten, also einen gewissen künstlerischen Anspruch auch an ihre Werke herantragen, das heißt, was so die grafische Gestaltung angeht, jetzt ja schon so ein bisschen eben aus dieser Ecke her kommt. Ich fand es eben sehr, sehr interessant, hier jetzt Beispiele mal zu haben von Menschen aus der Ukraine. klar ist es natürlich inhaltlich sehr interessant über die aktuelle Situation da was zu erfahren aus der jeweiligen Sicht der verschiedenen KünstlerInnen, aber eben auch so die unterschiedlichen grafischen Stile, so ein bisschen nebeneinander zu sehen, was wird da so gemacht, es sind farbige Sachen dabei, es sind schwarz-weiße Sachen mit dabei, manche etwas abstrakter, manche klarer im Stil, bei einem Comic sieht das auch so aus, als wären dann auch so Fotos entweder als Vorlage oder vielleicht tatsächlich auch im Bild mit verarbeitet, bearbeitet, verfremdet, ohne dass es jetzt wirklich nach Fotocomic aussehen würde, andere sind dann tatsächlich eher wieder so etwas ja, cartooniger in der grafischen Gestaltung, also sind so sehr unterschiedliche Stile mit dabei, aber alle tatsächlich fand ich sehr ansprechend, also mir haben alle gut gefallen, manche sind etwas in Anführungsstrichen verkopfter in dem, was sie erzählen, andere sind ja einfach relativ geradlinige autobiografische Erzählungen, also auf jeden Fall sehr, sehr interessant, es kostet 10 Euro so ein Heft, lässt sich auch sicherlich noch nachbestellen, falls es dann ja aus den Läden verschwunden sein sollte, wenn die Dezember-Ausgabe rauskommt, und soweit ich das sehe, auf der Verlagsseite sind auch ältere Ausgaben immer sehr, sehr gut zu haben, also ich denke, das Strapazin-Magazin ist generell ein ganz guter Tipp, wo ich auch in Zukunft mal wieder öfter hinschauen möchte, was da so an Themen kommt und was da so an Zeichnerinnen präsentiert werden, aber jetzt eben gerade diese Ukraine-Ausgabe möchte ich auf jeden Fall dringend empfehlen. Das klingt auf jeden Fall wie eine Comic-Anthologie, in die ich mal einen Blick reinwerfen würde. Vielmehr kann ich da auch nicht sagen, außer dass Strapazin natürlich ein riesengroßer Name ist und dass das, denke ich, was ist, was viele Menschen kennen und vielleicht sogar schon im Abo haben, denn ich sehe, man kann hier auf jeden Fall ein Abo abschließen. Hast du schon mal einen Blick reingeworfen, Breedstorm, in das Strapazin-Magazin? Tatsächlich nicht nur in die Vorschau von dem Heft, was der Andi jetzt besprochen hat, aber man hört es natürlich spätestens in Erlangen, wenn man bei der Max und Moritz-Gala ist, hört man das Wort Strapazin natürlich dann doch mal. Es ist, glaube ich, schon eine richtige Größe irgendwie auch in der Comic-Landschaft. Hattest du schon mal ein Magazin, also eine Ausgabe davon in der Hand, Patrick? Ich habe jetzt tatsächlich in die Vorschau reingeguckt und ja, das ist auf Erlangen wirklich oft gefallen, dieser Name. Und wir sind hier immerhin schon bei Nummer 148 mit der Ukraine-Ausgabe, aber so ein ganzes Heft komplett gelesen habe ich bisher noch nicht. Ich finde es schön, dass das so einen Erfolg hat, obwohl das eher fast schon kleiner und arthausiger daherkommt. Auch wenn ich das Wort arthausig nicht besonders mag. Sagen wir independent-mäßiger. Alles klar. Mensch, Patrick, dann mach doch mal weiter mit deinem zweiten Comic für heute. Okay, ich habe jetzt hier Dr. Strange und Dr. Doom Triumph und Höllenqual. Das ist ein Comic von 1989 von Mike Mignola. Da hat er noch nicht seinen Stammkoloristen Dave Stewart bei sich und das merkt man auch so ein Stück weit, aber ich gehe jetzt erst mal auf die Handlung ein. Also es geht darum, dass Dr. Doom bei Dr. Strange aufschlägt und ihn darum bittet, mit ihm zur Hölle zu gehen und die Seele seiner Mutter von Mephisto zu befreien. Und wie es bei so einem Crossover natürlich üblich ist, die beiden hauen sich erst mal eins auf die Schnauze, bevor sie dann widerwillig so ein Team abgeben. Und das Besondere an diesem Comic ist nicht nur, dass man da den frühen Mike Mignola sieht, sondern auch, dass die Struktur eines sonstigen Marvel Comics da schon durchbrochen wird. Sonst hast du immer so 20 Seiten pro Heft. Dieses Format hat die Story gar nicht. Das ist ja so im klassischen Fantasy-Alben-Stil gehalten. Also du hast eine Story, die sich über einige Seiten zieht, ohne dieses klassische Heft-Format. Und es ist fast schon eher so ein mittelalterliches Fantasy-Setting, würden da nicht immer wieder so Begriffe oder technische Gerätschaften vorkommen. Du könntest das auch komplett als mittelalterliche Fantasy ansehen. Aber dann hast du eben einen Doctor Strange und einen Doctor Doom, die beide diese Gemeinschaft, äh, diese Gemeinsamkeit haben, dass beide sowohl auf der Seite der Magie sind, aber auch den technischen Fortschritt nicht abgeneigt sind. Also Doctor Strange schon allein wegen dieser ganzen medizinischen Technik und Doctor Doom wegen seinem ganzen Know-how, wegen seiner ganzen fast schon James-Bond-artigen Ausrüstung, die in seinen Anzug verwoben ist. Dass Doctor Doom trotz allem immer noch ein ambivalenter Charakter bleibt, bei dem ausnahmsweise was menschliches durchschimmert, das fand ich eben wirklich schön an dieser Story. Fast dieses altmodische dann auch noch unterstützt, ist diese hochgeschwollene, fast mittelalterliche Redeweise, die in den Comics benutzt wird. Also das hat schon was von diesen klassischen Thor-Comics. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu diesem Ach nee, Mephisto, der ist auch wirklich ein sehr, sehr hochdrahmender Charakter. Also wie der daher redet, ich hab fast schon Schiss, wenn der endlich mal irgendwie bei einem Marvel-MCU-Projekt auftaucht, ob der dann so gelungen ist, weil der hatte in dieser Spider-Man-Story, in dieser legendären, schon was sehr Theatralisches und hier hat er auch was sehr, sehr Theatralisches. Ich bin mal gespannt, wie sie den bei Ironheart, wo er angeblich zum ersten Mal aufschlagen wird, umsetzen werden. Und auch hab ich erwähnt, dass das ein etwas jüngerer Comic ist von Mike Mignola, wo er noch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase war. Also sein Stil ist noch nicht ganz so ausgereift. Diese fehlende Kolorierung von Dave Stewart merkt man, die hat dem Ganzen noch mehr seinen unverkennbareren Mike-Mignola-Stil verpasst. Hier hat das fast schon sowas richtig altmodisches und auch bei den Sprechblasen beziehungsweise bei diesen Textblasen. Da ist dann teilweise ein bisschen was Unleserliches, wenn du jetzt schwarze Schrift auf den dunkelblauen Hintergrund machst, dann hat das teilweise was Schwammiges, da fiel das ein bisschen schwerer zu lesen. Also hier das Lettering, auch wenn Andi jetzt abwesend war, jetzt muss ich mal leider ein bisschen auf das Lettering schimpfen, war da ein bisschen schwammig, das musst du schon bei sehr gutem Tageslicht lesen, dass das dann gewährleistet ist. Oder du musst eine sehr gute Brille da zu dem Zeitpunkt aufhaben. Aber an sich fand ich das einen schönen, klassischen Mignola, da hat der vor Hellboy wirklich Batman und diverse andere Sachen gezeichnet. Da lief er noch unter dem breiter und das war noch gefühlt in dieser Selbstfindungsphase. Also wer Mignola Kompletist ist, wer klassischen Fantasy Storys nicht abgeneigt ist, wer Dr. Doom mag, wer Dr. Strange mag, der kann da durchaus mal reinlesen. Es ist eher ein klassischerer mittelalterlicher Fantasy Comic als ein Marvel Comic und gerade deswegen bricht er aus diesem Schema F dann sehr, sehr gut heraus. Auch wenn es so seine kleinen Schwächen hat in Sachen Lettering. In was für einer Version hast du das jetzt gelesen? Ich hab mal geschaut, das ist nichts aktuelles, ne? Aktuell erschien er bei dieser Marvel Collection von Hachette. Mhm. Aber ich hab den in relativ neueren Fassung, wenn das bei Hachette rauskam, aber der wurde noch nicht so oft koloriert, würd ich sagen. Es gibt diverse, die haben Color Upgrades gehabt. Da hast noch nicht diese berühmte Dave-Stewart-Kolorierung, vielleicht machen sie oder ist irgendwann mal der Herr hier, der das koloriert hat, ist Mark Badger. Der macht das auch nicht schlecht, aber dieser unverkennbare Magnola-Stil ist mit seiner Kolorierung noch nicht ganz so gegeben. Also dieses knallig-bunte, dieses lesbare, das hat eher fast schon geerdetere, buntere Farben. Okay, also wenn man es jetzt aktuell will, geht es in dieser Hachette-Version das Ding zu kaufen und schalten wir aber auch nicht der zugängigste Comic der beiden Superhelden zu sein, oder? Oder Figuren vielleicht. Das gibt bestimmt bei Doctor Strange und Doctor Doom Comics, da ist das deutlich zugänglicher, aber ich finde Doctor Doom, der wurde in so vielen Filmen deutlich schlechter interpretiert, also bei Doctor Doom hast du auch deutlich schlechtere Varianten gesehen, als das, was du hier jetzt geboten kriegst, aber es gibt einen Doctor Doom Comic, da sieht man ihn, wie er über Latveria regiert, den fand ich deutlich prägender und es gab auch einen Run, da hat Doctor Strange was Konstantin-Artigeres, das kann ich auch sehr empfehlen, oder Strange Academy, aber wer diese beiden Charaktere mag, hat damit auch keinen Fehlgriff, ich fand dieses Crossover zwischen Batman und Hellboy deutlich schlechter, da waren die beiden Charaktere wie Fremdkörper aufeinander, hier war das Charakterpacing deutlich besser aufeinander abgestimmt. Breedstorm, sagt dir das irgendwas? Ne, gelesen habe ich das noch nicht, aber Mignola würde ich auf jeden Fall mal reingucken. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen, Patrick, von wann meintest du die Geschichte? Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? 1989. Merkt man das dem Comic an? Die Zeit, aus der er stammt? Also ein bisschen anhand der Kolorierung und anhand der Schreibweise, aber Mignola hatte schon immer so ein bisschen was Theatralisches in seinen Dialogen, also so gesehen merkt man das als alter Mignola-Leser jetzt höchstens an der Kolorierung und auch die Hölle, die, sobald es in die Hölle geht, ist es sehr, sehr schön bunt gemacht und da ist auch der Lesefluss deutlich besser gegeben. Die Hälfte des Comics spielt gefühlt in der Hölle und Dr. Doom bekommt hier anhand des Titels dann eben nochmal so eine Doppeldeutigkeit, weil gefühlt seine halbe Familie verdammt ist, also doomed. Verstehe, so episch. Okay, danke Patrick, war ja sonst eine sehr, sehr depressive Weihnachtsfolge, muss man dazu sagen. Ja, ist vielleicht auch wirklich nicht die glücklichste Weihnachtszeit der letzten Jahre und ich möchte hier die Individualvorstellung abschließen mit der Besprechung des großen Klassikers Persepolis und ich will nicht so tun, als hätte ich den jetzt schon lange auf dem Schirm, ganz im Gegenteil, ich habe den erstmalig mitgekriegt im Zusammenhang mit einer Filmbesprechung, denn dieser Comic hier von Marianne Satrapi, einer Iranerin, der ist auch bereits verfilmt worden, diesen Film findet man keine Ahnung, auch unter anderem auf YouTube, ich weiß gar nicht wie legal das ist, aber den kann man da gucken und da bin ich erstmalig drauf aufmerksam geworden im Rahmen einer Filmbesprechung bei den Kollegen vom Telehorst, da liebe Grüße mal an der Stelle, ich glaube es war sogar die erste Ausgabe, wo es darum ging, da hat der Andi Papelitzki den vorgestellt und das ist ein Comic, der sich jetzt hier auch in diese Iran-Schiene mit einordnet, ich möchte gerne mal, also eigentlich könnte ich jetzt ja mal vorlesen, worum es letztlich geht, aber im Endeffekt ist es einfach nur die individuelle Wahrnehmung der Protagonistin in ihrem Leben von genau dieser iranischen Revolution, genau genommen ist dieses Buch in zwei Ausgaben erschienen, in zwei Büchern quasi, einmal die Jugendjahre und einmal die Jahre, in denen sie halt jugendlich ist und eher in Österreich gelebt hat und wie sie halt in ganz kleinen Anekdoten dann erzählt, wie das so für sie so war. Da sind natürlich in dem ersten Buch, das wohl 79 beginnt und vor allem aus der Perspektive eines Kindes erzählt wird, das sind fast schon so niedliche, naive Eindrücke davon, wie zum Beispiel plötzlich die Schulen getrennt werden, Jungs und Mädels, wie sie plötzlich dann halt so ein Kopftuch tragen muss, obwohl sie das gar nicht unbedingt wollte und so, wie sie dann auch so ein bisschen als rebellischere Jugendliche das so alles wahrnimmt und dann halt sich auf Schwarzmarkt zum Beispiel Rockmusik besorgen muss und so, all das geht's in den jungen Jahren und das Ganze eben auch aber mit so einer kompletten linken Perspektive, denn sie selbst ist Kind einer eher linksintellektuellen Familie, die halt wirklich sie von vornherein drauf trichtern, mit dieser politischen Perspektive zumindest anfüttern und so sieht sie auch alles. Sie ist immer so geschichtlich relativ bewandert und auch rhetorisch auf einem Level, zumindest die Figur, die sie von sich jetzt zeichnet in diesem Comic, die wirklich so komplett auch mit politischen Fachbegriffen, wenn man so will, sogar Kampfbegriffen um sich wirft und aber in kleinen, feinen, recht schnell weglesbaren Kapiteln. Im zweiten Buch, ich hab's jetzt hier gelesen, in einer großen Gesamtausgabe, die auch bei Editionen Moderne erschienen ist, dort übrigens bereits in der siebten Auflage und nach eigenen Aussagen auch das mit Abstand erfolgreichste Buch, das bei der Edition Moderne läuft und verkauft wird. Das ist im zweiten Teil der Handlung, da geht's dann halt wirklich um diese Jahre in Österreich, wie sie da an einem Internat, also es ist ein Internat, also auf jeden Fall an einer Schule ist, wo dann auch französisch gesprochen werden kann, wie sie da wohnt, wie sie da Anschluss findet, vielleicht auch keinen Anschluss findet, wie sie halt letztlich auch so ein bisschen diese Coming-of-Age-Geschichte, also diese Pubertät halt hat und auch mit Drogen in Kontakt kommt, teilweise zum Beispiel auch Drogen verkauft, all das sind so ganz viele kleine Anekdoten aus ihrem Leben und sie dann aber eben auch irgendwann zurück in den Iran geht und immer wieder sowohl in Österreich aus ihrer Iran, Zeit im Iran erzählen muss, als auch nach, ich weiß es nicht genau, wie viele es sind, das sind fünf, sechs Jahre, aber wichtige Jahre, ich sag mal, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber irgendwie sowas zwischen 14 und 18 oder so, also wichtige Jahre in der Entwicklung eines einer jungen Frau, wie sie dann zurück in den Iran kommt und das dann plötzlich alles wieder wahrnimmt. Also das haben wir komplett, diese individuelle, teilweise sehr kindliche Perspektive auf das Thema und auf der anderen Seite natürlich diese Grausamkeiten, die dort in diesem Land passiert sind, dargestellt, also es werden Familienmitglieder ermordet, es fliegen Bomben in die Luft, die Nachbarn sind plötzlich tot und unzählige weitere Beispiele dafür, was da einfach alles passiert ist, weshalb ich sagen würde, Persepolis ist auf jeden Fall irgendeine Form von Mischung aus Marvels Kinderland, also diese Perspektive, geschichtliche Perspektive eines Kindes auf eben geschichtliche Ereignisse und dann entsprechend natürlich auch entsprechende Formulierungen ein Stück weit und eben natürlich auch Maus von Art Spiegelman, der auch in krassen und teilweise auch schlichten Artworks natürlich, hier auch schwarz-weiß, genau wie bei Spiegelman, diese ganze Handlung beschreibt, erzählt und aber auch sehr eindrücklich beschreibt, also das ist schon wahnsinnig krass, was wir hier erleben und das so vielleicht mal so zur Einordnung, wie gesagt, ein sehr oft, das meistverkaufte Buch bei der Edition Moderne und letztlich aber auch irgendwie vielleicht sogar ein feministisches Buch, dann ist es natürlich aus Sicht der Protagonistin, die sich so ein bisschen gegen diese Unterdrückung wehrt, die sie dann erfährt, wenn sie zum Beispiel halt ein Kopftuch tragen muss, wenn kein Haar rausgucken kann und viele unzählige weitere Beispiele, die jetzt, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber die Verarbeitung des Gezeigten, die Angst, die irgendwann auch da mit einhergeht, dass einem da gerade Bomben um die Ohren fliegen, da muss man zum Beispiel, natürlich haben da grundsätzlich alle im Keller halt so Zufluchtsräume, das heißt, du bist in einem Mehrfamilienhaus und im Keller hat man sich halt eben schon schön eingerichtet, dort stehen jetzt Sofas plötzlich, die stehen da grundsätzlich und nicht mal nur Übergangsweise, weil es eben eine größere, also es war im Iran-Irak-Krieg, zu der Zeit spült das dann, größere Angst, einfach grundsätzlichere Angst da ist. Es ist eine wirklich sehr individuelle, persönliche Einordnung und ein großer Kritikpunkt, den es oftmals gibt an diesem Comic wäre, dass er es leider nicht ermöglicht, so einen Gesamtüberblick zu bekommen über den Iran-Irak-Krieg. Das kann ich nachvollziehen, ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, ob das die Aufgabe von so einem letztlichen autobiografischen Comic sein muss, denn, wie gesagt, das sind die ganzen Anekdoten, die diesen Comics so, ich finde sie unterhaltsam und spannend sind die falschen Worte, aber so lesenswert auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, es macht es greifbar, dass das aus dieser kindlichen Perspektive geschildert ist. Ganz genau. Sie ist natürlich, wie gesagt, grundsätzlich von den Eltern da auch politisch wirklich eingenordet, möchte ich es mal direkt so nennen. Also, da ist relativ klar, wie man so zu denken und zu ticken hat und wie auch der Umgang jetzt hier ist und was jetzt hier, sie ist quasi die große Revolutionärin und Rebellin ja letztlich auch bis zum Schluss quasi. Das ist schon so und insgesamt muss man auch sagen, dass in dem Comic die Frauen eine eher übergeordnete Rolle spielen, was halt wirklich mal ganz gut ist. Ihre ganzen Bezugspersonen und da explizit die Mutter, die Großmutter und eben teilweise dann auch die Frauen in Österreich, mit denen sie zu tun hat. Also es sind vor allem gelesen weibliche Figuren, mit denen sie da interagiert und das ist schon gut so. Ja, das ist auf jeden Fall mal positiv erwähnt. Das habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Es ist sehr beeindruckend und kurzweilig. Also ich kann das auch, ich habe da teilweise auch abends so zwei, drei Kapitel gelesen. Es sind immer dann doch 350 Seiten ungefähr. Da ist vieles dabei, das einem zu nachdenken anregt und deswegen ist auch gar nicht schlecht, dass du von, ja letztlich von, von Kapitel zu Kapitel zu lesen. Den Film dazu habe ich noch nicht gesehen, aber da das ja ein Klassiker ist, gehe ich ja mal felsinfest davon aus, dass auch andere hier in der Runde den gelesen haben. Bredstorm, wie ist das denn bei dir? Also ich habe die beiden Bände gelesen, haben mir sehr gut gefallen, waren sicherlich auch eine, einige der ersten, ja, Comics, die so einen, so einen, so einen Wissensanspruch hatten für mich. Also wo man einfach, ja so, so dokumäßig, aber halt auch autobiografisch was aus der Welt des Künstlers da kennenlernen konnte und das hat es unglaublich gut gemacht und ich bin mir unsicher, ob ich, also ich könnte fast meinen, ich hätte sie mal gesehen auf irgendeinen von diesen Festivals. Ich kann mich aber nicht entsinnen, wann das jetzt genau gewesen ist. Ich kann dir den zu der Zeit nicht irgendwie zuordnen. Ja. 2004 hat sie in Erlangen einen Max und Moritz Preis gewonnen. Vielleicht war es so um den Dreh rum und auch auf der Frankfurter Buchmesse wurde das sehr stark beworben in dem Jahr. Ah, das könnte natürlich sein. Buchmesse wäre so ein Ding, wo ich das mitgenommen haben könnte. Also in Erlangen war ich 2004 nicht, aber das könnte passen und ja, also sie hat da auf jeden Fall sehr viel für die, ja, für die Aufklärung über dieses Land beigetragen. Ja, es ist einfach, genau so sieht es aus und was ich mich schon ein bisschen frage ist, warum das jetzt so dieser Verkaufsschlager ist. Also das Ding wird ja auch an Schulen zum Beispiel auch vorgeschlagen als Lesehinweis und als Lese-Tipp, um sich damit auseinanderzusetzen und das mag schon auch gerade, weil es letztlich auch zumindest in der ersten Hälfte diese kindliche Perspektive auf die Gräueltaten, da hat schon auch ein guter Einstieg ins Thema sein, aber ich weiß gerade nicht, ob in meiner Schulzeit der Iran-Irak-Krieg eine wesentliche Rolle im Geschichtsunterricht oder sonst wo gespielt hat. Insofern finde ich das spannend, dass das jetzt zumindest da wohl häufiger eine Rolle spielt. Ich finde sehr komisch. Du hast die Antwort ja eigentlich. Ja, die hat der Antwort tatsächlich wirklich sich selber beantwortet. Wollt schon so lange her ist mit meiner Schulzeit, meinst du? Weil du ja gesagt hast, es ist feministisch auf jeden Fall und aus der Sicht von ihr geschrieben. Und zwar nicht, ja, ich weiß nicht, es zeigt einfach, was passiert, wenn Religion Überhand nimmt und will Menschen hier explizit natürlich hauptsächlich auch Frauen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Ja. Und das ist der Grund, warum es so oft verkauft ist. Ja, und ich würde auch sagen, dass diese Kultur am Anfang relativ spielerisch rübergebracht wird und wir als Außenstehende dadurch ein viel besseres Gefühl dafür haben, macht das eben auch zu so einem Werk, weswegen das gerne auf Schulen gelesen wird. Wir haben ja auch quasi durch Captain Marvel so die Muslima näher bekommen und mit dem Comic haben wir spielerisch den Iran deutlich näher gebracht bekommen. Ich würde sagen, eben wirklich durch dieses spielerische, das in der ersten Hälfte vorhanden war, ist das eben so eine Schullektüre geworden. Interessant. Ich möchte jetzt gar nicht, in welchem Zusammenhang man sowas auch liest, aber gut, klar, im deutschen Unterricht oder so, warum nicht, ne? Ja. Patrick, du hast doch, glaube ich, auch den Film gesehen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Der Film musste natürlich ein bisschen was kürzen, weil diese 350 Seiten oder wie viele das waren, kannst du nicht alle adaptieren, aber der war ziemlich vorlagengetreu, hat auch diesen mausartigen Stil quasi gut rübergebracht. Es war wirklich ein sehr, sehr bewegender, schöner Film. Also wer jetzt Hemmungen hat, sich so ein 350 Seiten Comic durchzulesen, den kann ich diesen Film auch sehr nahe legen. Der ist zwar ein bisschen komprimiert, aber auch sehr sehenswert. Und der umfasst die kompletten beiden Bänder, sowohl die Kindheitsjahre als auch die älteren Jahre in Österreich. Ja, aber es ist eben ein bisschen was natürlich gekürzt worden, das kannst du nicht auf die ganze Filmlaufzeit bringen, aber so die wichtigsten Etappen wurden auch im Film übernommen. Bisschen gehetzt kommt Zeit drüber, aber trotzdem ein sehr sehenswerter Film. Hattest du den Comic eigentlich gelesen irgendwann mal? Ja. Wie waren so deine Einträge? Ich hab den lustigerweise immer im Hung-Double gelesen, also in der Zeit, wo die noch riesige Leseecken hatten und da hat er mich auch so in Beschlag genommen, dass ich den Comic in einer großen Sitzung beim Hung-Double gelesen hatte. Glückwunsch. Er hat Glückwunsch im Hung-Double wieder einen Körper verloren. You burn-stealed. Und den Film kann man übrigens auch umsonst mal zum Prime schauen, also haben wir uns jetzt damit auch die DVD-Kunden verkrault. Die Rezession schlägt die durch. Ihr habt die Tipps bei den Comic-Cookies. Nee, der geht nur 90 Minuten, also kannst du davon ausgehen, dass da wirklich ein bisschen was gekürzt wurde. Danke, Jungs. Das waren, glaube ich, so ein paar ganz gut, vor allem auch allgemeine Eindrücke zu jetzt Persepolis, so einem Comic, von dem viele Menschen sagen, man muss ihn gelesen haben. 350 Seiten kann man schon machen, ich glaube aber für diese Kernaussage nämlich, wie ergeht es einer iranischen Frau, wenn sie aufwächst und unter was für Repressalien muss die so im Alltag leiden, ist es eigentlich auch ausreichend, sich vielleicht die erste Hälfte nur zu besorgen, vielleicht kommt dir da günstiger an, keine Ahnung, aber das ist schon, schon beeindruckend, soweit möchte ich glaube ich, beeindruckend ist glaube ich das Wort, das ich hier finden möchte. Prima, dann wird es Zeit für unsere gemeinsame Besprechung für die Cookies Code Authority Denn wir haben allesamt den aktuellen Band von Lucky Luke Band 101 gelesen namens Rantan Plans Arche und ob das jetzt total biblisch ist oder vielleicht in eine ganz andere Richtung geht, das kann uns mal der Patrick verraten. Also in Band 101 geht es darum, dass Lucky Luke zufällig den Tierschützer Ovid Byard über den Weg läuft und man will ihn gerade erhängen, weil er Tierschutz predigt. Lucky Luke schafft es ihn zu beschützen, wird dann zu einem veganen Essen eingeladen und irgendwie ist da nachgeführt so eine Bewegung in Gang gekommen, dass jetzt auf einmal alle zu Veganern werden und die Leute ihren Veganismus aufzwingen und Rantan Plans wird da quasi als Maskottchen wieder wählen, dafür genutzt, für diese Arche und ja, obwohl es Rantans Plans Arche heißt, ist er sehr, sehr großer Nebencharakter, also er ist fast schon eher in einem Cameo vorhanden. Ja, Rantan Plans taucht es wirklich nur so nebenbei auf. Ist ja wieder so ein Comic und das ist bei Lucky Luke zuletzt ja häufiger der Fall gewesen, der auch so ein zentrales, eher aktuelles Thema hat. Also im vorletzten Band, also das war ja, letzter Band war ja diese 100er Nummer, das war diese Special Edition, die ich jetzt gar nicht gelesen habe, also wo halt quasi ganz viele, glaube ich, so Hommagen auch drin waren oder zumindest verschiedene Zeichenstile, könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr es besser wisst, aber im Band davor in der 99 ging es ja halt unter anderem auch um Rassismus. Ja, und also ein aktuelles Thema und hier ist eben Veganismus das Thema der Ausgabe, dass da hier irgendwie eingewoben wird in eine Story, die ich aber unterm Strich wirklich, also ich will nicht sagen vergessenswert, aber es ist halt sehr dahingedümpelt und wenig kritisch, es tauchen alle Figuren mal auf, die man mal gesehen haben muss, aber eigentlich muss man die auch nicht gesehen haben. Ich finde, es geht so ein bisschen, geht so viel verloren. Also ich finde, was ich schön finde, sind immer so diese Wortspiele, die sind auch in der Übersetzung wieder toll drin und ich finde generell auch immer Interaktionen zwischen Tier und Mensch hier bei Lucky Luke, soweit ich die Comics überhaupt kenne, auch immer ganz ansprechend, aber so die Handlung selbst finde ich jetzt eher, also wirklich fast schon vergessenswert. Breedstorm, wie waren denn da so deine Eindrücke? Ja, man darf nicht vergessen, es ist ein Lucky Luke Band, der hat jetzt nicht zum Ziel da ein episches Tierbefreiungsding draus zu machen, aber er setzt so viele kleine Spitzen viele kleine Anspielungen, was mit Tieren so alles passiert ist, nicht nur im Wilden West, sondern vielleicht auch bei uns und auch zum Thema Tiere essen gibt es einiges zu lesen und ich fand es okay, aber jetzt begeisterungswert jetzt eigentlich nicht. Es mag jetzt daran liegen, dass ich jetzt nicht allgemein nicht so ein riesen Lucky Luke Fan bin, weil ich dasselbe von vielen anderen Lucky Luke Geschichten einfach auch sagen kann, also es hat mich nie so hundertprozentig abgeholt, wie das vielleicht ein Spirou oder ein Asterix zu gewissen Zeiten auch gemacht haben, aber was man dem Band natürlich nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht so ist, wie die restlichen Lucky Luke Bände halt, also die De Jules und HD kopieren das sehr sehr genau, also da könnte man auch vermuten, dass es von Morris direkt stammt und ja, also ich glaube die richtigen Fans werden das Ding glaube ich gut finden, auch wenn es diese Botschaft da drin hat, weil die Botschaft nicht zu sehr aufs Auge ist, also es gibt ja diese Comic wie jetzt zum Beispiel Persepolis, wo es ganz klar ist, dass da eine Message drin ist und dann gibt es halt die, wo die Message so nebenbei reinkommt und dann kommt es für mich immer darauf an, kriege ich es hier mit einem Zaunpfahl auf die Birne gezimmert oder kommt das so ein bisschen leichter rüber und hier, das ist auf jeden Fall so ein bisschen leichter, auch humorvoll, aber es hat trotzdem manchmal einen bitteren Kern halt, die Botschaft mit den Tieren, was da alles passiert. Ich fand den beim ersten Lesen deutlich lustiger, heute habe ich den nochmal aufgefrischt, es gab so ein paar Sachen, die fand ich ganz spaßig, also dass die auch auf die radikalen Veganer angegangen sind, also dass auch die eine sehr heftige Bewegung sein können, dass das, was eher kritisch hinterfragt wurde als der Veganismus, es war fast schon konterkarierend zur Botschaft, die sie gemacht haben und dann gab es eine sehr lustige Szene mit Indianern, wo ich am Anfang dachte, ich dachte, die wären darüber hinaus, weil die sehr, sehr in gebrochener Sprache gesprochen haben und dann wird der ein Indianer dafür kritisiert und dann sagt der, ja, aber laut den Legenden müssen wir so reden, also die, dass die damit aufräumen, was Lucky Luke früher bekannt gemacht hat, dass die Indianer sehr, sehr übel weggekommen sind, hier sind sie deutlich cleverer und auch unter den Indianern gibt es einen sehr, sehr eingebildeten jungen Veganer, also ich hatte fast schon das Gefühl, es ist eher so in Richtung, radikale Veganer sind fast schlimmer als Fleischesser, weil Lucky Luke, der ist einmal so ein nettes veganes Menü und dann geht er trotzdem in den nächsten Saloon und will wieder ein Steak, also es versucht irgendwie noch so einen Mittelweg zu finden, auch wenn der es nicht ganz so hinhaut von der Message. Weil da ein paar Details zu wissen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall das Interview, wovon wir gleich noch einen Ausschnitt hören werden, aber der liebe Andi war ja auch so nett, uns hier nochmal drei Minuten aufzunehmen und auch diese drei Minuten möchte ich euch lieben Hörenden nicht vorenthalten. Zu unserem gemeinsamen Thema, dem neuen Lucky Luke Comic Rentenplans Arche. Ja, was kann ich da groß dazu sagen? Ich bin kein besonders großer Lucky Luke Kenner, ich habe natürlich hauptsächlich in meiner Kindheit Lucky Luke Bände gelesen, viel aus der Bücherei oder von Freunden mal was ausgeliehen, habe das aber über Jahre dann eigentlich nicht mehr wirklich verfolgt. Ich habe zwei von den Hommage-Bänden gelesen, den Marvel-Band und den ersten Band von Mathieu Bonhomme, die fand ich beide sehr gut und ich habe den Band 100 gelesen, den jetzt vorherigen und fand ich auch gut. Und jetzt den neuen Rentenplans Arche fand ich auch gut, hat mich auch soweit ganz gut unterhalten. Es ist aber jetzt nichts, was mich irgendwie besonders in Verzückung geraten ließe. Ich finde es durchaus angenehm gezeichnet. Die Geschichte war soweit auch amüsant. Ich als Vegetarier, nahezu Veganer, habe da vielleicht auch irgendwie einen gewissen Bezug dazu, ohne dass ich da jetzt irgendwie, bloß weil das das Thema ist, da jetzt irgendwie irgendwelche Lobeshymnen dafür singen würde, also da soweit bin ich nicht missionarisch, was das Thema angeht. Es ist halt diese relativ konservative, vielleicht auch altbackene Seitenarchitektur nicht so spannend häufig. Ich finde, es steht der Dynamik häufig ein bisschen im Weg. Dinge passieren in Panels, die so mitten auf der Seite sind, wo dann der Effekt so ein bisschen verloren geht, als wenn man diese Panels vielleicht ans Ende einer Seite stellen würde oder eben das Seiten umblättern da aktiver mit einbeziehen würde für bestimmte Effekte. Es ist ein unterhaltsamer Comic, aber jetzt hat kein Band, wo ich loslaufen würde und sagen würde, okay, du hast vielleicht noch nie einen Lucky Luke gelesen, aber diese Ausgabe solltest du auf jeden Fall lesen, weil die ist so besonders toll. aus meiner Sicht, wie gesagt, der jetzt kein ganz großer Lucky Luke Kenner ist, ein unterhaltsamer okayer Comic, den man mal gelesen haben kann, aber über jetzt hat die Lucky Luke Fanszene hinaus, bietet er aus meiner Sicht jetzt nichts besonders herausragendes, dass man den jetzt besonders herausstellen müsste. mir scheint der Andi stimmt uns da weitestgehend zu, er hat hier noch diesen Aspekt ja auch genannt mit dieser Panel Geschichte und das ist vielleicht so ein bisschen der Dynamik nennt er es hier im Raum oder im Weg steht, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, womöglich könnte man hier, wenn mit Dynamik einfach gemeint ist, halt so ein bisschen perspektivische Abwechslung und auch so, ich möchte schon mal Geschwindigkeiten in Übergang zwischen einzelnen Momenten zu schaffen, könnte das schon sein, dass das vielleicht auf andere Art und Weise etwas zeitgemäßer wäre, aber das wäre halt dann vielleicht einfach nicht mehr Lucky Luke. Patrick, hast du solche Wahrnehmungen da auch gehabt, was Artwork und auch generell diese Aufteilung angeht? Ich finde, das ist in ähnlich engen Korsett die klassischen Lucky Luke Anteuer wie aktuelle Asterix Comics, deswegen mögen wir auch diese Homagen mehr, weil die diese Konventionen sprengen und auch andere Erzählweisen zulassen, also nicht nur im Artwork, sondern auch geschichtlich, welchen Kritikpunkt ich auch noch mitbekommen habe, wieso muss man auf das Western Setting jetzt so ein modernes Thema pressen, das wirkt arg konstruiert Glas mit dem Charakter, den Lucky Luke rettet, ein Charakter, der das vertreten hat, trotzdem kann ich diesen Kritikpunkt so ein Stück weit nachvollziehen. Ja, also er hat ja mit dieser Figur auf die sich bezieht dieser Veganer hier in dem Comic, wo hinten ganz auf der allerletzten Seite ja auch immer noch dieser Verweis ist zur tatsächlichen geschichtlichen Figur, die es wohl mal gab, also der Typ, der diese Vorträge gehalten hat, ja immer auch in Bezug zu, das war in dem Fall der Begründer des ersten amerikanischen Tierschutzvereins, immer auch in Bezug zur tatsächlichen Geschichte dieses quasi wilden Westens. Und ob das jetzt so aufgedrückt ist oder nicht, ja, jetzt so eine Geschichte erzählt, aber ich meine letztlich ist das jetzt ja auch der 101. Band von Lucky Luke und ich weiß, dass Marvel bei seinem Omaschband ja letztlich da ging es auch ums Fahrradfahren und Fahrräder, also Marvel hat halt geguckt, ob es damals Fahrräder gab und seine Aussage war, glaube ich, es gibt keinen Beweis dafür, also es könnte sein und es gibt keinen Beweis dafür, dass es sie nicht gab, also warum nicht eine Geschichte mit einem Fahrrad erzählen, ich glaube, da muss man schon noch einfach viel hinnehmen. Ja und das Thema Veganismus ist natürlich ein aktuelles, da kann man deine Geschichte drum spinnen, ich kann es zumindest nachvollziehen. Im Prinzip ist es ja auch ein wichtiges Thema und ob dein Western Setting für sich das passende Szenario ist, muss dann jeder für sich selber entscheiden, würde ich sagen. Ganz genau. Breedstorm, hast du noch was zu ergänzen oder sind wir jetzt etwa am Ende der Ausgabe angelangt? Ja, ist die Grätsche zwischen klassisch bleiben, aber ein Thema doch irgendwie ansprechen. Genau. Ich habe jetzt auch diesen Namen Ovid Bayard eingegeben und mindestens zehn Seiten dazu aufploppen sind Lucky Luke, also du findest diesen Ovid Bayard gar nicht mal so stark vertreten. Also genau das wiedergegeben, was Annick eben gesagt hat, du musst da schon ein paar Seiten durchwühlen. Und wisst ihr, was man auch nicht findet? Ich hatte dieses Interview von wir ja gleich einen Ausdruck hören werden, wo ich jetzt euch den Teil einspielen werde mit den Hommage-Bänden und was der Comic-Auto davon hält. Wenn man mal auf der Social-Media-Plattform des eigenen Vertrauens halt mal so ein bisschen nach Lucky Luke guckt und so, dann muss ich echt mal feststellen, also der fehlt da nicht statt. Weder unter dem Hashtag noch unter dem Namen. Klar, du findest so eine Handvoll Beiträge und Leute, die sich den Band gekauft haben und Fotos auf Instagram stellen, aber die Marke Lucky Luke ist keine in Social-Media stattfindende Marke und daraus interpretiere ich, dass sie auch keine moderne, keine junge Marke ist. Zumindest für das Internet affine Publikum und das fand ich sehr überraschend. Ich hab's in zwei, drei Beiträgen mitkommen, unter anderem von Hannes Bender, aber das ist im Vergleich zu sonstigen Trends sehr schnell verpufft. Vergleich das jetzt mal mit dem Trend von House of the Dragon, der sich wirklich über Wochen beschäftigt hat, da hab ich ein, zwei Beiträge wahrgenommen gefühlt. Ja, auch so gefühlt war sowas wie Asterix oder so viel größer in meiner Blase. Und jetzt erscheint ein nächster Lucky Luke Band und da passiert nicht viel in meiner Blase. Da unterschätzt du vielleicht die Leute, die nicht in einer Blase drin sind. Ja. Weil letztendlich glaube ich, ist es immer noch ein großes Ding. Es gibt vielleicht Leute, die sich gar keine Comics kaufen, aber die sich immer den neuen Lucky das reicht und immer noch hier die Auflagen Rekorde zu sprengen. Also nur weil es nicht unbedingt in Social Media stattfindet, heißt es nicht, dass es nicht von anderen konsumiert wird, die vielleicht da nicht gerade so in dem hippen Netzwerk drin sind. Der Ralf-König Lucky Luke ist trotzdem ähnlich wie der Marvel Lucky Luke deutlich mehr gefühlt auch in unserer Bubble aufgeplatzt. Vielleicht auch deutsche Künstler in dem Fall, aber tatsächlich das sind auch meine Eindrücke, dass das jetzt so die Standardausgaben jetzt nicht so ins Publikum reißen und so viel interner sei mal gewährt, das war wirklich, weil ich weiß, exklusive Interview mit Jules zum neuen Lucky Luke Band, das ihr beim Tele stattdessen hören könnt, hat sich jetzt auch nicht so horrend geil geklickt und so maßig viele Downloads sind es auch nicht geworden, finde ich schwierig. Gut, dann, liebes Publikum, danke ich euch vielmals fürs Zuhören, verweise immer wieder gerne auf unsere Social Media Plattform, wo ihr offensichtlich Kontakt mit uns aufnehmen könnt, das machen sogar manchmal Menschen, ihr könnt uns gern auch in den Chatgruppen unseres Vertrauens auf Signal und Telegram mal vorbeigucken und mal mitquatschen und so und ihr könnt uns vor allem, und darum geht es uns ja letztlich, auch mal Feedback hinterlassen zu der heutigen Besprechung, zur heutigen Ausgabe der Comic Cookies, in der wir ja über ganz unterschiedliche Comics gesprochen haben, in dem wir dieses Iran-Special hatten, in der ja einfach auch eine Menge depressive Zeug drin war und der Comic von Breedstorm und all das sind Dinge, da wollen wir mit euch Interaktion haben, da freuen wir uns auf Feedback, meldet euch, wir haben Bock auf euch. Lieber Breedstorm, lieber Patrick und in die Ferne auch lieber Andi, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, au revoir, Bevor ich euch nach aktuellen, auch Lucky Luke fremden Leseempfehlungen, persönlichen Empfehlungen frage, auch nochmal eine kurze Frage zu den Hommage-Bänden. Ich persönlich liebe die aktuell erscheinenden auch Hommage-Bände von Lucky Luke, ich finde das eine der besten Sachen, die der Reihe passieren konnte und deswegen würde mich doch sehr interessieren, was Jules von diesen hält. Also er fand das ganz nett und lustig auch, aber das war zur Gelegenheit des Geburtstags von Lucky Luke praktisch, 70 Jahre Lucky Luke, dass man sowas mal gemacht hat. Er selber fand die Bände, die humoristisch waren am besten, die so ernsthaft waren, war nicht, aber trotzdem fand es sehr interessant auch mal Lucky Luke in einer anderen Perspektive zu sehen. Allerdings ist das etwas, was nicht dauernd weitergeführt werden sollte, weil sonst wird Lucky Luke nachher irgendwie verwässert oder geht unter nachher, wenn das zu viel in anderen Sachen wäre, das wird weiter jetzt erstmal in den klassischen Geschichten so weitergehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017